Servus beinahe wieder, ich bin's Elisabeth Kämpfli und wir backen heute wieder mit dem Edelstahl Backsystem vom Femina und dann fangen wir gleich mal an. Manche sagen, ich halte mich mir zu lange auf mit alles zu mir klären und so, aber ich habe festgestellt, recht machen kann man es niemanden. Und heute muss ich gleich wieder sagen, wir backen nichts. Ich bin ja absolut kein Fan von Kühlschranktorten und dem ganzen Gesachs, aber ich habe ein Rezept sogar in einem Femina Backzauber gesehen und war dann echt begeistert. Und weil da nur die Herzen im Angebot sind, damit ihr mal seht, was aus Herzen alles so machbar ist, habe ich schon mal angefangen, das wird ein Limbeerherz und hier seht ihr, habe ich eben Herzen oder Kinderherzen, kannst du das nicht auswendig sagen, das ist nur ein Zentimeter Unterschied, das ist auf meinem Ufo, das Ufo ist ein Aluplatten, ein Tortenhelfer mit 28 cm Durchmesser, der normale hat 32 cm, also vom Unterschied her ist er ein bisschen ferner und halt handlicher für das. Da habe ich schon mal eingefrorene Himbeeren gepüriert, also ist auch noch ein Rezept, wo man sagt, man hat noch Obst eingefroren, dann muss es raus. Ich habe es gepüriert mit Gelatine angeglichen und dann als Trick, wenn ihr so eine bodenlose Form habt, wie zum Beispiel mit meinem Herz, ihr stellt unten drunter die Aluplatten, dann eine Dauerbackfolie und dann das Herzchen, dann werdet ihr vorher diese Aluplatten eingefrieren. Einfach 10 Minuten in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank, wo ihr gerade Platz habt, weil, wenn ihr das dann unten drinnen habt, dann tickt die Masse oben sofort an. Also ihr braucht keine 5 Händen, die da heben, sondern einfach die Platten vorher ins Gefrierfach, habe mir auch eine liebe Kollegin gesagt, bin ich sehr dankbar. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, wundert es euch nicht, die Folie ist ein bisschen kleiner, die habe ich mir zugeschnitten, weil die nehme ich her für, und wir haben so einen kleinen Mikrowellenbackofer noch aus der Jugend von meinem Mann, und da kann ich den kleinen Rost von Feminal rein, für so kleine Backöfen gibt es extra so einen Rost, und da habe ich halt die Folie, und dann brauche ich jetzt auch nicht so viel Platz. Jetzt geht es weiter, also irgendwie ist immer was los bei uns. So, jetzt kann ich das schon mal auslösen, das wäre, wie gesagt, zu so Rückwärtsdorten. Den Guss, den zieht man nämlich zum Schluss dann ganz oben. Ich nehme jetzt einfach ein Messer, oder einen stumpfen Gegenstand, und löse das aus. So, dann müsst ihr, oder was für die Hauptwärtsdorten, weil man halt keine spitze Kante hat, von einem Mann ran drum, das ist jetzt nicht bombenfest, aber muss auch gar nicht sein. So, dann schaut das schon perfekt aus. Das, wie gesagt, ab in die Spülmaschine. Und dann kommt, das da gießen wir nicht herz drauf. Das so groß wird die eigentliche Törtchen, sage ich jetzt einmal. Mir hat das total gefallen, denk, was probierst du jetzt aus? Das stelle ich jetzt nur kurz auf die Seiten, damit da nichts passiert. Denn, was ich schon hergerichtet habe, ich habe jetzt in unserem Schlagkessel drin, habe ich jetzt schon die Buttermulch, ein Joghurt ist drin, die Tupfen, das ist Vanillezucker, zwei Esslöffel Zucker sind drin, und Zitronensaft ist drin. Und ich finde, dass wir jetzt gelesen haben, haben wir gedacht, das ist so frische Masse, die schmeckt auf alle Fälle. Und in die Masse kommt jetzt Gelatine angeglichen. Die habe ich da schon eingebracht. Da wird dann nochmal pürierte Himbeeren drunter kommen. Eine geschlagene Sahne brauchen wir noch, habe ich auch schon hergerichtet. Also das G'scheitste ist, riecht es euch immer so was her, gerade wenn ihr mit Gelatine angleichtt, ihr wisst nie, wie schnell die angleicht, also wie schnell die fest wird. Jetzt drücke ich mir das aus. Jetzt zeige ich einmal, wie es geht, ganz normal auf der Herdplatte, nicht immer in der Mikrowelle, weil nicht jeder hat eine, und man braucht sie nicht wirklich unbedient, muss ich sagen. Einfach so tropfnass ausdrücken, so dass nichts mehr drin bleibt. Und dann stelle ich die Herdplatten auf eins maximal zwei ein. Das soll jetzt nicht kochen und brutzeln. Dazu brauche ich jetzt meinen Tornen, Schneebesen, das muss ich euch fast herstellen, sonst seht ihr es wieder nicht. Wandert mal mal kurz, sonst heißt, ich habe es nicht gezeigt. So seht ihr es ganz gut, glaube ich, genau. Wir haben jetzt kaum Sonnenherd, wir haben nur Gasplatten und zwei Zeranfelder, damit ich loslegen kann. Jetzt warte ich kurz, bis das wärmer wird. So, jetzt fängt es an zum Schmelzen. Also es langt wirklich eine kleine Stufen. Dann schaut es, dass es jetzt aufgelöst ist. Dann kann ich im Endeffekt schon ausschalten. Und dann rühren jetzt praktisch die kalte, pürierte Himbeermasse drunter. Das heißt, angleichen heißt einfach, was von der kalten Masse in die warme Gelatine. Und dann müsst ihr zügig umrühren. Dann habt ihr keine Krümpchen. Sauber alles rauskratzen. Ich habe die Himbeeren nach dem Pürieren noch einmal durch ein Sieb gestrichen, weil die mag einfach keine Kärnten drin haben. Mag keiner. Dann schaut das gleich besser aus. So, und jetzt habe ich es da schon mal angeglitten. Nichts Besonderes. Und jetzt nehme ich dann die große Masse im Endeffekt und rühre es da auch wieder rein. Da nehme ich jetzt noch ein bisschen Pressen-Schneebesen. Und sagst du leider groß, das ist der, ja, einfach rühren und reinlassen lassen. Das ist das ganze Hexenwerk. Also, Plattschelentine ist wirklich nicht schlimm zum Verarbeiten. Nicht zu heiß auflösen und beim Rühren einfach immer dabei bleiben und zügig sein. So, da la. Ihr seht, es bleibt natürlich etwas drin. Jetzt warte ich einfach so lange, bis ich merke, es zieht ein bisschen an. Es wird einfach ein bisschen, wie man mit dem Schneebesen durchfällt, dass ein bisschen die Spur drinnen bleibt. Und dann hebe ich die Säne drunter. Anschließend werden wir dann das einschichten. Und so was mag ich dann schon gerne. Also, cremige Torten innen drin. Doch noch was zum Beißen. So eine Art Bodenersatz, sag ich jetzt einmal. So was mag ich dann. Der hat auch noch Platz. Da spannt ja keiner, dass man da rumtüftelt. So, jetzt habe ich die Lage drinnen. Dann kommt der Rest da drüber. Langsam nicht essen. Und da ist schon wirklich viel geholfen, wenn es diesen Tortenhelfer, sprich das UFO und frischern halt jetzt. Und jetzt auch, wie im Rezept beschrieben, restliche Lage drüber. Und dann nochmal am Boden, weil das Ganze dann zum Schluss gestürzt wird, nochmal am Boden als Löffelbiskuits. Bleibt leider nichts drin mit unserem Hermelin, mit unserem Teigschager. Und jetzt drücken wir uns das mal noch so recht, dass man so abschließen kann. Der ist jetzt nicht mehr unten, also ganz unten, sondern nur, dass halt eine ebene Fläche ist einfach. Wenn man die über Nacht stehen lässt, dann kann ich es gut durchziehen. Schauen wir, dass es am Rand jetzt nicht hingekommt. Hoffen wir mal, dass das alles so wert wird, wie ich meine. Und das Schöne ist ja, für die Reste können sie auch immer gleich werden. Ein bisschen nachgehen. Jetzt rein drücken. Jetzt wollen natürlich die unteren hoch. Aha, jetzt glaube ich heute aber auch. Das läuft jetzt einfach so, dann sehen wir schon, wie das wird. Nun runter drücken. Und ab in den Kühlschrank. Und über Nacht schön fest werden lassen. Nächstes nachher hat es gestürzt. Genau. Jetzt ist unser Himbeerherz, das nicht gebacken wurde, über Nacht in den Kühlschrank gewesen. Dann habe ich mir jetzt schon, also das ist praktisch jetzt der Boden. Jetzt bin ich mal gespannt, die hätten vielleicht doch so komplett ausfüllen sollen. Nicht, dass mir alles runter bricht. Jetzt wird das gestürzt. Das heißt, ich suche mir jetzt gleich passende Platten. Da hat es so Femina, hat es mal so schöne Edelstahlplatten gegeben. Und dann stürzt sie das Ganze. Richten Sie mal so hin, wie es braucht. Und jetzt sind wir vorsichtig die Folie runter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier sein wird. Wenn dann gibt es ja kein Video. So. Jetzt weiß ich aber, was ich vorher mache. Was ich vergessen habe. Kommt auch bei mir vor. Noch mal zurück. Ich lös jetzt schon aus der Form raus, weil das sagt man sonst drunter. So. Spitzbuckmesser. Jetzt schneide es, ja, ich soll sagen, ich schneide es da nicht ganz runter. Aber, weil das ja nicht ganz voll ist, braucht man das sonst ab. Ich meine. So. Nochmal von vorn. Alles festhalten. Umdrehen. So. Jetzt muss das so gewählen. Und jetzt die Folie runter. ganz blach abziehen. Also hier so. Schaut ja mega aus. Seht ihr das? Ja. Bin begeistert. Z.H.: Der Boden wackelt, das Mehlschild, da fehlt. Ein kleines Ding. Jetzt schneide es noch vollständig raus. Das schaut ja toll aus. wie ich finde. Wie ihm das nicht gefällt. Und jetzt haben wir ein bisschen ruggelt mit der Form und dann könnt ihr es hochziehen. Das da her. Gut, unten sieht man jetzt ein Wohn. Aber, das machen wir mit der Sahne. Aber schaut euch mal, dieses tolle Herz. Und das ist jetzt praktisch der, dieser Guss ist ja total eben mit der Fläche um, sag ich jetzt mal. Da steht nichts hoch. Es ist einfach rückwärts aufgebaut. Ich dekoriere es jetzt noch ein bisschen. Und ich bin begeistert. So, jetzt haben wir an dem Himbeerherz noch verkünstelt. Ich finde, es schaut jetzt nicht schlecht aus. Für das, dass ich Dekoration nicht wirklich mag. Und es duftet. Es schaut, ja, ich finde, es schaut sogar beerig aus, muss ich sagen. Gerade mit diesem Fruchtspiegel, der wo innen liegt und nicht immer hochsteppt, wie bei den anderen dann. Ja, und abnehmen habe ich leider auch schon. Weil ich mir alle fragen, wer das ist. Ich betreue da wo, ja, Leute oder die Familie oder Freunde oder die mich einfach immer unterstützen. Die kriegen ich mir meine Kuchen. Und ich selber probiere natürlich auch. So ist es auch nicht. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Ihr schafft es genauso. Und es schaut toll aus, muss ich sagen. Ciao. Ciao. Ciao.